jo leute herzlich willkommen zu emergency 2017 unsere zweiten einsätze im multiplayer und zwar mit dem dean cooper ja und zwar geht es los demonstrationen polizei aufgebot randale macher wir fahren mal hin also machst du das ja dann fahre ich jetzt da mit zwei streifenwagen und zu der demonstration einmal zweimal mannschaftswagen schicke ich auch noch hin und dann schauen wir mal sofort so heute sind wir wie gesagt in hamburg na ja ja wir sind in hamburg unterwegs bei der demonstration hier und letztes mal waren wir ja in berlin und dabei aussteigen soll ich mit denen machen ich wüsste die man mit dem megafon aus am haus denn jetzt wärst du zu gütig kein problem und würdest du mal drei tankflaschfahrzeuge zu schicken wenn ich welche habe mache ich das natürlich das geht kein problem die kloppen sich schon ich kann im moment nicht die witzigkeit geprügelt und ich war noch so freundlich und bin hingegangen und habe gesagt pass mal auf so geht das nicht so den ersten habe ich festgenommen was gibt es den zweiten schnappe ich mir auch sofort hier oder warte mal ich bin mal dahin also damit da flüstert tüte was macht ihr denn jetzt will er jetzt auch noch auf die schnauzen ja komm dann hau ja noch direkt an den armen und nimm den fest so was wolltest du haben von mir tankflaschfahrzeuge ach so warte mal ich muss noch den mit dem megafon da muss ich die alle nach hause schicken alles klar drei stück willst du haben ja oh ja das sieht ja nicht gut aus okay dann mache ich das mal eben alle drei sagt sagt ich schicke die auf die andere seite ja bitte bin dabei wird gemacht zu befehlen okay so ich immer wieder zurück was ist da los täter festnehmen und abtransportieren ja dann ab nach hause erwarte befehle zu befehlen was geht es ist in arbeit so die lange ich auch mal aufsteigen sofort der streifenwagen bringt den gefangenen zu den arresten zählen in der basis was geht's so mal gucken ich habe das jetzt soweit im griff hier bin bereit hoffe ich zumindest der quatsch die man auch voll ich komme auch immer zu dem brand aber meine fahrzeuge sind schon da mit aber nicht meins haben meine kommt noch naja naja alles klar ja irgendwann brennt denn hier alles was denn hier los ich hab dir gesagt hier auf zu rauchen ob du hörst ja nicht wieso stehen hier polizisten oder bin ich gar nicht okay ich gehe noch mal zurück irgendwie machen die sich nicht vom hof hier die demos soll ich die mal vielleicht wegtreiben oder so ja noch quatsch da noch wie soll es gut so meine fahrzeuge kommen ich schicke einen hier hinten rein ja höre verstanden okay ich brauche aber verdammt lange aber verlangt an der gasexplosion wie sieht es aus bei der demo im moment passiert ja gar nichts was gibt's ja fällig war es klar notruf person ist schwer ich kümmere mich drum muss versorgt werden stellen sie ihren zustand fest und versorgen sie sie wenn du dich transportieren ja wohl ab so was ist da los schwer erkannte person ja ja ich bin ich habe da schon mal hingeschickt so dann kann ich die alle nach hause schicken also geht schon sehr gut los das sind meine glaube ich bin bereit erwarte befehle sofort okay alles klar so ich gucke mal wenn der notarzt eintrifft ich habe meine fahrzeuge in der weg geschickt mal gucken was jetzt passiert hier der notarzt müsste gleich da sein nur das ist eingetroffen wird erledigt ja was ist denn jetzt damit der demo passiert gar nichts ne was so das steht ist das worsen war sofort was ist denn da noch offen sollen die wieder an jawohl ja festnehmen kann ich die nicht weil hier steht bei der demonstration mit polizeiaufgebot für sicherheitssorgen drei von neun im moment ist da noch nichts passiert erwarte befehle alles klar dann ist erledigt achtung aus ungeklärten gründen ist ein schiff in brand geraten mehrere besatzungsmitglieder haben sich durch einen sprung ins wasser gerettet und befinden sich nun in gefahr zu ertränken löschen sie alle brände und retten sie alle besatzungsmitglieder einmal ja mal gucken wo ich wo ich das boot zum wasser lassen können ja was auch ich schicke jetzt erst mal das feuerlöscht team auch noch ein rüstzwang meine ich immer näher ja wo gucken dass ich das hier dass ich das hier hinschicken kann warum geht das nicht ich kann das boot hier nicht hinschicken das ist nicht gut ja ist auch eine sehr wiese stelle ich habe irgendwie schwierigkeiten ich kann dieses dieses dass die leute ja ist so eine art fluss wo ja ich weiß dann aber ich komme da nicht ran ich das ist viel zu weit weg glaube ich muss den taucher schicken was soll ich mit dem taucher da sind zwei leute wie soll das denn gehen weil taucher funktioniert nicht da kannst du vergessen weil ich gucke auch schon nach wo man ja irgendwo wasser lassen und klo hat auch scheiße da ist die elbphilharmonie ist das hier auch nicht war wieder mal schwierig ich finde doch doof dass ein satz nicht angezeigt wird weißt du ja das hätten sie besser machen können als also in den vorigen version des spiels wurde es angezeigt ja aber jetzt leider nicht mehr also ich habe da echte schwierigkeiten jetzt die stelle zu finden wo ich eventuell die leute retten könnte das ist total bescheuert eigentlich irgendwie ja richtig weil das ist viel zu weit weg hier ist nix hier ist auch nix und das finde ich irgendwie ein bisschen doof also man hätte die karte auch ein bisschen man müsste weiter raus scrollen können weißt du ja dann wird vielleicht ein bisschen einfacher aber ich finde hier keine stelle das sind die landungsbrücken wahrscheinlich in hamburg habe ich jemand gefunden ich finde hier nix also ich wüsste ungefähr wollen meinen taucher reinschicken könnte ja da bringt uns ja nicht weiter und das ist genau der punkt da ist dass wir statt die leute saufen uns ab da tut mir leid das ist doch da ist doch affig vielleicht habe ich jetzt die möglichkeit da vielleicht ja ich habe eine stelle gefunden da ist viel zu weit weg alter dies viel zu weit weg die stelle aber das ist die einzige möglichkeit wieso steht das ist ein taucher ja es ist viel zu weit weg das schaffe ich nicht aber egal ich muss das boot ich muss ich da hinschicken besser als nix mehr ja richtig schickt hat man eine ich glaube nicht dass das irgendwie machen wird wird erledigt aber egal so was ist denn jetzt da mit der demo da passiert nix ok ich kann ja auch nicht alle festnehmen oder so der quatsch immer noch ist denn arbeit was soll ich jetzt machen ich kann ihn nicht festnehmen ja so irgendwie weiß ich nicht löst sich auch nicht auf ja ich guck mal ob der schon mittlerweile da angekommen ist wo er hin soll scheiße wo war das denn jetzt wo war das denn jetzt ja dein taucher ist auch noch nie rausgeschickt ne doch doch der ist gerade auf weg ins wasser was machst du denn hier du bist doch total verkehrt junge wo willst du denn hin du bist doch total voll nein jetzt fehlt ins wasser alter ich werde verkloppt da ist so ein bug schickt man ein taucher hin wo meiner ist ich habe kein taucher ja doch das problem ist ich finde die stelle nicht mehr und den hinschicken wollte der gut hier rum und findet die stelle nicht und die saufen alle ab wir müssen alle besatzungsmitglieder aus dem wasser ach halt doch nicht immer schwächer ja 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 aber was kann ich dafür wenn der das kann klappen also mit der demo passiert gar nichts sobald ich hat megafon runter nehme muss die leute weg gehen muss weg gehen wenn du hat megafon in der hand hast bin bereit sofort erwarte befehle naja scheint zu funktionieren du hast recht ja alles klar ist aufgelöst achtung notfallmeldung aus ungeklärten gründen ist ein fahrzeug in brand geraten sofort der fahrer findet sich verletzt im inneren des fahrzeugs löschen sie alle brände wenn sie den fahrer versorgen sie ihn und transportieren sie alle beschädigten fahrzeuge ab alter schwede was ist hier los zu befehl wird erledigt ich glaube da schicke ich noch einen rüstwagen hin besser ist besser ich habe meine rüstwagen noch draußen ich kann ja auch noch hinschicken ja lass mal erreicht dann schicke ich notarzt hier hin weil ich habe noch einen notarzt glaube ich draußen so viel ich weiß aber bis jetzt ist ja nichts passiert ich stelle den wagen mal hier hin bin dabei und krankenwagen schicke ich auch mal hier hin alles klar ist gut das muss ich mal gucken so erste person ist ein obhut so boot ist im wasser ne ja meins auch schon aber jetzt finde ich finde ich die die opfer nicht die sind da ne wo hast du die denn die werden einkassiert achso ja gut ok dann hat sich das ja gerade erledigt hier dann kann ich das boot ja wieder einpacken ja wird gemacht ok da kann ich das boot wieder ein so feuerwehr ist da der löscht auch ja wird gemacht hast du das hingekriegt mit dem retten oder sind alle tot wie fehlt eine person oder so schlecht das ist aber übel also ich weiß gar nicht wo das variierte sein soll ertrinken ne du hast doch alle du hast alle an bord du hast doch schon alle du kannst das boot jetzt wieder zurückbringen zu seinem lkw hier ist noch ein feuerwehrmann von dir ne ja ja schon gesehen so ich wollte jetzt zum fahrzeug brand so es muss ich mal eben kurz einen ausrüsten hier mit schrägen bin dabei und dann kann der mal eben dann den kunden aus dem auto erledigen erwartet wird gemacht ja wir haben ein opfer des schicks und glücks verloren einsatz fehlgeschlagen ja passiert einer auch mal ja das ist das ist beim single player zum beispiel war es so dass ich das gemacht habe und da habe ich dann auch versucht eben halt diesen groß diesen groß einsatz zu machen und da sind auch mindestens drei leute von gestorben also du kannst nicht alles schaffen ja vor allem muss man überlegen dass man eine stelle wo man das wozu aufs wasser lassen kann naja ok gut das ist aber jahre so jetzt habe ich jede verletzte person liegen toll ja dann schickt doch ein arzt dahin so gelöscht ist ich kann den wagen wieder wegschicken die jungs vom rüstwagen kann ich wieder einsteigen lassen ja das natürlich ärgerlich dass sowas passiert das sowieso aber da kann man nichts machen dann ist nochmal halt so und fertig scheiß drauf so den einsatz machen auch noch das ist ärgerlich ne ja so den habe ich jetzt kann der arzt nach hause fahren ihr nehmt die jetzt mit ist in arbeit und du fährst nach hause alles klar und da muss ich noch den abschleppen lassen okay bin dabei was geht's verstanden so person wird abtransportiert der rettungstransportwagen bringt das auf dem dienstwagen es ist in der stadt zu einer illegalen demonstration gekommen schon wieder beenden sie diese auch wieder mögliche folge und personenschäden selbe stelle pass auf da kommt dann auf dich zu wir sollen einen polizisten mit einem megaphone einsetzen jawohl was gibt's kein problem hast du festgenommen ja dabei ja ich auch zu befehlen erwarte befehle wird erledigt bin bereit ok jawohl der streifenwagen bringt den gefangenen zu den arresten zählen in der basis zu befehlen der kettung ist bin bereit ja die ist ziemlich ziemlich hart ne eigentlich hartnäckig nicht hart ja das so auch so ich transportiere eben den wagen ab okay gut dann bin ich da fertig so ich glaube die demo ich gehe mal weiter mit denen ne neun stück und dann müsste die sich gleich aufgelöst haben ja paar gehen wir zurück bin bereit in ordnung ja komm schrei die mal an da die beiden ja sofort bin bereit ich gehe und dann ein bisschen aber ich schicke die mal weg wauber komm mal welche dann kann ich die perle hier weg bringen weißt du ok verstanden bin bereit zu befehlen so hat sich glaube ich aufgelöst so weit noch ist jetzt ja was gibt es gemacht lass mal die jungs auch mal aussteigen da hat sich aufgelöst obwohl sieben von elf noch irgendwie wollen die nicht so richtig alles klar erwarte befehle ja zeuge sind zusammengestoßen retten sie die fahrer aus den unfallfahrzeugen versorgen sie alle opfer und schleppen sie die unfallfahrzeuge ab schicken rüstwagen anhand ihrer aufgabe sonst noch zu tun ist und ein lösch alles klar kein problem wir können den fahrer erst dann aus dem fahrzeug retten wenn wir die brände gelöscht haben kommst du auch schicksal wird ja ok dann kann ich hier einsteigen lassen hier weil das ist ja die demo ist ja soweit fällig aber einer fehlt noch eine festnahme wo ist der täter festnehmen transportieren wie ich glaube ich gerade dabei einer ist bei mir noch im wagen ich glaube da brauchen wir noch einen rettungswagen und krankenwagen und sowas ist krankenwagen ach quatsch eine heli wäre besser aber egal wie lange brauchen die brauchen immer ewig bis die da sind so der erste kommt müsste der rüstwagen sein bereit zu befehlen ja dann ist es schon mal da bin dabei das sind drei fahrzeuge sofort mein nef ist auch schon da wirst du schon mal die anderen beiden feuerwehrmänner mit der schere aus ja ich hab schon ein habe ich schon ja den zweiten habe ich auch schon was gibt's notarzt ist da so einen hol ich schon mal raus den zweiten hole ich raus erwarte befehle jawohl notarzt ich brauche noch ich brauche noch notarzt wo bleiben die notärzte kein notarzt doch alles da von dir ja ja warum verstehe ich nicht warum kommt denn eine andere miche bin bereit mein taucher steht hier noch rum verstanden hast du schon rtws rausgeschickt ich schicke dir mal drei stück zwei habe ich schon raus ja dann schicke ich hier noch schicke ich dir noch zwei wird gemacht sofort haben wir im letzten fahrzeug nachgeguckt ob da einer drin ist ne habe ich noch nicht ich glaube es sind schon beide raus ja ja ok erwarte befehle ich muss noch wenig schnell noch zwei notarztwagen hinschicken in ordnung kein problem was gibt's zu befehlen höre zu befehlen so dann schicke ich kein problem so was haben wir als klima platz das sind deine ja alle drei bin bereit ich glaube dass du deine jetzt verstanden dann kann ich ja einer wieder wegschicken ne erwarte befehle Achtung wir müssen so schnell wie möglich alle unfallopfer retten und notärztlich versorgen sie könnten sonst an ihren verletzungen sterben da kann ich die beiden notärzte auch wegschicken ach so ich schicke schon mal zwei abschleppwagen hau schon alle draußen unterwegs auch schon ja man kann ja gar nichts machen ja du hast ja nur zwei oder hast du drei drei ja ich hab' man drei ja ja stimmt nun hier jetzt warten wir noch ab und dann beenden weil die folge in hamburg das erste mal würde ich mal sagen schickt doch mal ein rüstwagen aber aus ein rüstwagen ja bitte wofür der ersten wagen den kann man nicht abschleppen das heißt da ist einer noch drinnen alles klar alles klar mach ich aber der hätte ihn doch noch rausgeholt da aber nicht aus dem ersten wagen also ok dann lass den arzt noch hier ne ja jetzt sowieso erwarte befehle da fehlt noch einer und ein täter fehlt noch ja einer sitzt von mir im auto ja dann bringen wir noch weg so rüstwagen ist da ja sofort was gibt's wird erledigt der rettungstransportwagen bringt das opfer zur krankenstation in der basis ok kann denn sein dass wir vergessen haben das gibt's auch gar nicht ja leute bei dem spiel redet man wirklich nicht viel also ja man muss sich auf die mission konzentrieren das aufstelle vorbei ist wahnsinn echt wahnsinn hätte ich nie mit gerechnet so da ist er so kannst du den wagen mitnehmen naja fall überlaufen ja ist das schön ja dann kann ich den rüstwagen wieder reinschicken du kannst den arzt da jetzt soll ich dir noch rettungswagen schicken ja bitte ok einschicke ich dir jawohl dann lass ich die jungs wieder einfahren alles klar bin bereit jawohl der muss auch direkt jetzt den auto abschleppen nicht da direkt wo der typ da oder arzt behandelt es ist unglaublich es ist eine frechheit technische hilfswerk würde ich mal sagen ja aber ja so ab nach hause jungs wird erledigt ja ja natürlich ja klar weil ich ein bisschen blöd finde ich dass man noch nicht mal ein fahrrad wegnehmen kann ja leider ja sicher über das fahrrad drüber alles gut keine probleme läuft so was ist denn jetzt mit der demo da einer fehlt noch ne ja der ist dann auf weg zu befehl so rettungswagen ist da ja dann kann ich ja einfahren ne erwarte befehle erwarte befehle die muss ja nicht die muss ja nicht was geht's sofort notruf gebäudebrand ursache unbekannt es befinden sich noch personen im brennenden gebäude retten sie sie in ordnung löschen so ich schicke mal eine drehleiter schweigen ich schicke einen rüstwagen transportieren sie beschädigte fahrzeuge ab aber ich würde mal sagen machen wir das machen wir das nächste mal oder ja würde ich mal so sagen warte ich schicke mal eben rüstwagen gehen weil sonst wären wir ja nicht fertig ist in arbeit genau und dann gucken wir nochmal fahrzeuge abtransportieren du kannst den letzten Patienten abholen ja alles klar bin gerade dabei ist in arbeit ja leute und während jetzt da die letzten leute also der letzte patienten auch weggebracht wird und wir uns dann nachher um den nächsten einsatz kümmern würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten mal leute beim zweiten teil in hamburg macht's gut leute bis dann tschau